Die Astrid Lindgren Schule in Prüm feiert am Sonntag ihr großes Schulfest. Der Anlass 40 Jahre Schuljubiläum. Im Vorfeld hatte die Schulleitung Partner und Begleiter zu einem Festakt ins Haus der Kultur nach Prüm eingeladen. Viele Ehrengäste waren der Einladung gefolgt. Förderschuldirektor Guido Kirch sagt zu dem Jubiläum. Die Astrid Lindgren Schule feiert in diesem Jahr das 40-jährige Jubiläum. Es geht unter dem Aspekt 40 Jahre Brücken bauen. Brücken bauen für Menschen, die es nicht immer leicht haben im Leben, die besondere Hilfe brauchen. Und wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr auf 40 Jahre erfolgreiche Arbeit zur Eingliederung von Menschen mit besonderem Förderbedarf arbeiten können. Der Direktor begrüßte die Gäste. Einige Ehrengäste wie Hubert Weiß hielten Ansprachen. Im Anschluss führten die Schüler Theaterstücke auf oder sangen Lieder. Auch die Lehrer hatten eine Theater-AG gebildet und zeigten, wie die Schule früher einmal aussah. Schulelternsprecherin Birgit Palley überraschte den Förderschuldirektor mit einer großen Torte, die mit Bildern aus der Schule verziert war. Die Anfänge der Förderschulen in Prüm reichen 41 Jahre zurück. Vor vier Jahren wurden dann die Albert-Schweizer-Schule und die Helen Keller-Schule zusammengelegt und es entstand die heutige Astrid Lindgren Schule. Das Jubiläum wird am Sonntag auf dem Schulgelände gefeiert. Los geht es um 11.30 Uhr.